Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Borderland 3 weiter mit Spawny, Cabby, irgendwo da und Spike da hinten, der glitscht schon wieder durch den Boden. Ja, wir haben den Basketball Jump den Abend dann noch geschafft, dann haben wir aufgehört und jetzt sind wir hier und machen, nimm den Eisbohrer. Da machen wir jetzt weiter. So, und los geht's. Reise beginnt. Klepp dron, ich schieße den Kopf weg. So. So, los geht's. Yeah, jam, 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 jam. Irgendwo hier müssen wir noch hin. Hier. Ah, hier. Ey, aufnehmen. Nina, erfreit, du nehmen Börrer und geh. Okay. Okay. Ich, ich hole Spezialeis. Gehe zur gefrorenen Schlucht. Okay. Ich, ich gehe zur gefrorenen Schlucht. Und hole Arschs. Für Mama Muschka. Los, Andi, lass uns reisen. Für Mama Muschka. Ja. Ja. Mama Muschka, ich hole dir Eis für deinen Arsch. Waffen, wundervolle Waffen. Waffen, wundervolle Waffen. Hier ist ein fettes Schrot, ne, episches Schrotflinte. Epic-Schrotflint. Schaffen Abhilfe. Ich habe immer mehr Waffen. Ausweich, ich bin bereit. Ja. Was ist denn bei mir? Ja, wie sieht ihr? Riesenlaser versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden. Nur mal so als Gedanke. Ja. Will keiner stehen bleiben? Warum? Kann ich mir so ein Ding nicht holen. Achso. Wusste gar nicht, was los war. Kann ich mir noch nicht mit den Dingern lenken. Maus halt, ne? Y. Hub dir. Hub ich. Ja. Du wirst sterben. Ne. Ich kann es halt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Boost nehmen konnte. Ach ja. Jump. Danke, Andy. Jump. 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 Ich reiß dir die Gedärme raus und lass den kleinen Näppichins sein Zimmer damit dekorieren. Ohhhh. Aha. Wie geil. T ott etc tttt ttt tttt 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 Ja, das schaut so aus, ne? Ich finde euch grad gar nicht. Unten drunter... Ach, da! Alles klar. Okay. Okay, Mutti. Okay. Okay, Mama Muschka, mach ich. Mach'n Füße. Oh. Da geht's. Ey. Ich habe Bohrer aktiviert. Oh. Ja. Ja. Ins Auge schießen. Ins Auge schießen! Ins Auge schießen! Oh. Oh, harmel Waffe. Gingers hogerliche Tiger da! Lieber töten! Ratatatatatatatatatatatatan! ok mache ich ich mache ich nicht sehe wo aber ich suche da hinten ich mache spezialbohrer ihr macht spezialtiere dort gute plan gute plan jetzt sieht der bohrer an die afk oder dc die zehrte wenn du dir nicht spielen stimmt wir haben gegen alle da und Oh, was noch? Ich immer noch bohre. Noch erwähnt oder was? Immer noch bohren, bohren, bohren. Ah, ich hier. Spezialeisen bohren, ne? Komm, Bohrer. Mach ich Gas. Oh, mein. Der Spruch ist wieder geil. Klepptron. Okay, dritte Loch. Ich bohre. Oh, oh, hier bohre ich normal. Äh, äh. Hast du noch gemacht? Ich, ich, ich hab mich hier verpießt. Oh, der hat viel Leben. Okay, ich werde dann doch nicht so viel Leben. Wenn alle draufschießen, ist das ganz schön lächerlich. Ja, ich geh ja. Jetzt Bohrer holen. Ich hole Bohrer. Sammel doch auf, du. Borosho, du gut gemacht. Ja, riecht was. Und Bohrer zu Nina. Schnell. Etwas riecht schon schlecht hier. Oh, waffelig. Das klingt nicht. Das ist praktisch ein medizinischer Notfall. Genau. Ein medizinischer Notfall. Hier noch Kisten. Gar nicht geöffnet. Nina wird sonst böse. Dann russische Frau macht aus dir Hackfleisch. Gibt Schwester Nina das Eis, oder gibt Barbot das Eis? Ja, was machen wir denn? Bei ihm kriegt man nicht Rotflint. Der nachgemachte Clapton. Du bist der Echte. Du kannst auch nochmal, ach so, ja genau. Rotflint oder Maschinengewehr, ne? Ja. Aber was wollen wir machen? Also mir ist es relativ, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also ich hätte gern... Dann gehen wir es Barbot. Also dem Router. Oder was sagst du gern? Ja, weiß ich nicht. Mir ist das egal. Also ich brauche nur eine zweite Waffe. Daher ist das egal, weil nur mit dem Laser, weißt du, da verdiene ich ja kein Geld mehr. Und immer noch den Zaun back. Dann Gas machen, Andi. Komm mal einer zu mir. Ich, äh, ich dich, ich, ich, ich dich sehe da. Da, wie super. Ja. Du klicken an meinem Pupu, dann bekommst du eine neue Raumschiff. Hast du bekommen, hast du feine Pupu gemacht. Ja, wir haben wieder. So, können wir jetzt weiter, ne? Da hinten ist der Andi, da müssen wir lang. Okay. Der Kabi redet heute nicht, wisst ihr, der ist ja heute im Warmduscher. Ja, später. Spät? Ich dusche eigentlich auch immer mit Warmwasser. Ich nicht. Ich nehm heißes Wasser. Reise beginnt. Du Penner! Du Drecksack! Da beschimpft er mich! Jo, geht euch nicht. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir müssen zu dem, zu dem Typen. Ja, da müssen wir hier. Lieber auch. Zu Claptron. Hier. Ja, gib doch einfach ab. Wenn du da bist, dann gib doch ab. Okay. Okay, so. Da versteckt er sich. Du schickst dich zum Mondo wieder zurück. Freut mich, dass du weißt, was wichtig ist. Aber was fange ich mit dem blöden Boden an? Okay. Fertig. Hm. Ich hab nichts gekriegt. So. Was hab ich denn gekriegt? Ich schrott finde, so eine blaue. 33-2. Ja. Okay. Mal sehen. Okay, das ist überhaupt nicht praktisch. Auf jeden Fall gut, das Ding. Und, wer ist abgegeben? Jawohl. So, weiter geht's, würde ich sagen. Was habt ihr abgegeben? Stropflinter. Bei Stropflinter. Bei dem Roboter haben wir jetzt abgegeben. Hat zumindest Spike abgegeben. Ich bin Munition gehofen. Lustig. Ich, ich dir helfe, viele Gegner zu töten. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Dann konnte man nochmal sehen, wie viel man von diesem anderen Zeug da hat. Ja, kurz noch ein Basteln. Ja, kann ich noch auch schon. Von, ah da, M74, 74. Wo, wo war dieser Typ nochmal? Lass mal diesen Typen suchen. Hier Munition vergrößern. Und so, da hinten. Müsste auch hier sein, oder? Ja. Und die Uhr tickt, Mutti. Ja, wir vergrößern dann mal Pistolenmunition. Ach, stimmt. Das soll die auch noch haben. 500 Schuss, dann musst du zu mir kommen. Komm zu mir, komm kuscheln, junger Mann. Kommen Sie, kuscheln zu mir. Oho. Was denn? Oho. Oho. Wie geht der Gauner, der hat ne schöne lila Waffe gekriegt. Aus dem Automaten, hab ich doch vorhin schon gesagt. Ich brauch die nicht. Den gibst du mir. Hey, du siehst aber brutal aus. Ja, danke schön. Oh, bitteschön. Muss ich nochmal drücken, damit das funktioniert? Cool. Ich hab davon was im Mund gekriegt. Ja, war lecker, ne? Hm, wie Schlagsahne, oder? Hat die grad gesagt. Die hat was im Mund gekriegt, Andy. So, was, was sie gucken. Was, was sie hier machen. Achso, wieder Waffe bauen. Ihr, ihr wieder hier krumme Dinger machen, ne? Ja, ja. Ihr wieder krumme Dinger machen. Er kriegt ja hier nichts vernünftig. Ihr wieder nur krumme Dinger machen. So, nicht gut für euch. Hm, was muss alles gleich sein? Grün, blau oder lila? Oh, ja. Was für eine Waffe brauchst du? Aber wenn du ne Pistole haben willst, ne stärkere, würde ich drei blaue Pistolen reinmachen. Immer von der gleichen Sorte. Dann kriegst du aber zwei Lymphsiege. So, das kennen wir auch. Die bauen wieder hier, Leute. Ja, die bauen und bauen und bauen. Oh, guck mal, Capitron. Capitron ist schwarz. Was ist denn eigentlich mit den Personen hier? Weil, wollen wir die auch mitnehmen? Warum sieht sie aus? Was denn? Hier sind leuchtend noch zwei Missionen. Ja, nimm doch einfach an. Nimm du da eine an, ich nehm hier eine an. Von grün und grün verbissert. Uuuuh. Der Griff, dieser stinkende Verleiter ist vielleicht tot. Aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huckster hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und drei pikante Echoes in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie. Löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Ja. Ja, ich muss eben noch eine Pistone umwasseln und dann gucken wir mal. Was, wie kriegt man die Cabi hier, diese Schlüsse? Wie war das nochmal? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann ist es mit Codes, die man so halt verlost kriegt oder irgendwo halt stehen. Auf den Patch oder so. Skillpunkte zurücksetzen. Ach scheiße, jetzt hab ich mir die Seite nicht aufgemacht. Mit den Skillpunkten. Scheiße. Halt, moin soll ich jetzt extra rausgesuchen? Jetzt hab ich die Scheiße nicht aufgemacht. Naja, ist egal. Ja Leute, wir sagen erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Borderland 3. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn die drei hier fertig sind mit Rumgaunern. Ja, die Gaunern und Gaunern und Gaunern. Und daher bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.